Bei manchen Dingen sind wir einfach sehr anders. Und da gibt es natürlich Themen, ja? Vom Hause her kommt eher Hühner, Schweine, äh, weiß nicht, was hast du? Für Melken? Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja? Da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel. Und das passt gut. Ich glaube halt, das ist gut, dass wir in den Dingen, es wäre doch blöd, wenn wir genau beide sagen, ich bin aber Völkerrechtsexperte oder ich bin aber Landwirtschaftsexperte, ja, dann würden wir uns dauernd streiten, wer dieses Themenfeld jetzt besetzen darf.